Hallo und willkommen zu einer neuen Folge XCOM 2 und wir sind in einer Fabrik, wo lauter Roboter rumlaufen, die uns auf die Fresse hauen wollen. Das finde ich gerade nicht so nett von denen und es gab gerade eben schon eine kleine Auseinandersetzung mit denen, weswegen ich gerade immer überlegen bin, ob ich direkt mal ein paar Leute heilen sollte. Die haben nämlich beide drei HP verloren und ich glaube, ich gebe dem einmal wieder ein bisschen mehr. Vielleicht hätte ich vorhin die Linie nicht als erstes wegschicken sollen, weil die hier nämlich diesen Splash-Damage machen kann. Aber okay, gucken wir mal, was jetzt hier auf uns zukommt. Okay, ich gehe. Ich glaube, wir haben ein Problem. Ja, das wäre die Rüstung, die ich vorhin bemerkt habe. Okay, nicht erwischt. Ich gehe. Was ist da oben? Nur in voller Deckung hier. Was anderes erlaube ich jetzt gerade mal nicht. Okay, ich gehe. Auf der Seite. Und du könntest hier oben... Es geht gar nicht so weit weg. Schießen die beide auf den... Ach komm. 34. Nein! 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 Bitte nicht! Es geht gar nicht so weit weg. Ist das Tag? Juhu, zwei Schaden. Wie viel hat er? Fünf? Vier hat er. Ist es klar? Ach, ich Idiot! Oh Gott! Mehr Glück als Verstand! Das Arme ist schwer! Ich brauche eine Re-Supply! Ok, ich rück mich nach. Ich nehme Feuer! Ja, aktivieren das Gerät hat sich auch schwierig, sogar für mich. Von allen Organen, du hast die Idee, du hast die Idee, Lele. Du allein kannst du den Prototypen. Du allein kannst du mich. Warum wollen wir das machen? Da ist was. Wenn wir uns herausfinden. Ein weiterer Beobachtung. Wie ist es möglich, dass Menschen in der Krieg sind? Jen, gibt es keine Mute-Botten? Bereit zu werden. Ich hoffe, dass es gut ist. Was ist da? Okay, nähern wir uns noch weiter diesem Ziel. Ich bin gespannt. Das lasse ich mir nicht zweimal tragen. Gernot! I'm on Overwatch. And so, I remain trapped in this place, in tuning by my own technological superiority. Advent had no means of controlling my systems. And I had no means of extracting myself from the confines of this tower. Until now. So did so. Affirmative. Covering now. Schon unterwegs. Okay, dann gehen wir mal hier rein. Okay, dann gehen wir mal hin. Spark. So this is it. But that thing has been ranting about. You've come this far. All you have to do is link my systems for the transfer. There is no need for further conflict. Shen. Tell me you're not actually listening to this thing. This was definitely dad's design. Identity. Shen. Lilly. Away from depression. No. Impossible. Then cut out be what father wanted! Something tells me this is exactly what he wanted. Identity confirmed. Initiating boost protocol. No! I don't have enough! It's really him. Lily. If you are seeing this message, it means that you have successfully activated the spark prototype. It also means that in all likelihood I am no longer with you. It was always among my greatest fears that I would leave you alone in this world. You didn't. I had hoped this day would never come. But since the loss of a commander, the XCOM project has suffered. Our latest reports indicate we cannot hold this space much longer. To that end, I have accelerated the development of a spark robotic prototype. I believe that someday this machine will prove pivotal to humanity's survival. Though the unit is not ready for manufacturing, this prototype has been coded for one specific task. It will protect you. Perhaps better than I ever could. For of all I have seen and accomplished in this life, Lily, there is one thing I know for sure. You are my greatest gift to this world. Okay, and now? Jen, it's flooding the outer chambers with some kind of gas. An extremely powerful and very painful gas. I have seen this particular variety reduce berserkers to tears before death. On several occasions, the prototype would still be mine. Imminent threat detected. Activating clean room protocols. Please remain inside for your protection. You heard him. Get in that room. I'm going. 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 Final watch. Detecting secondary life support systems nearby. This gas presents no hazard to my systems. Attempting to neutralize threat. I'm starting to like this thing already. I wouldn't get used to this company. I fully intend on walking out of here in that body. I'm going. In turn. Next on, I want to attack the more walls. And they will be at the other end of the wall. Okay. Wealthy too many walls that will drop off. Warum schießt er kaputt? Mist. Dieser Hate, ey. Immer wieder das gleiche mit dem. So, und jetzt schicken wir den Spark jetzt hier. Spark heißt er, Spark 001. Schicken wir den jetzt hier raus, oder was? Schicken wir ihn mal hier hin und gucken mal rein. No Targets. Ach komm, genau da oben will ich ihn hinschicken. Ich habe so schwer zu schicken in den Anliegen gegen die Anliegen. Aber ich habe nicht gesehen. Wer weiß, was ich jetzt sein kann? Der Spark kann sich reparieren. Kann sich auch sagen, dass du und deine Soldaten, Lilly? Verge jetzt, das ist die einzige Chance. Ja, Hate. Es ist gut, es ist gut. Nee, hier. Kann ich eine Granate darüber schießen? Nee, ist zu weit. Eieiei, ich schieße jetzt gerade alle an, oder was? Ja, ich schieße jetzt noch einen. Ja, Libby ist noch da. Kommt die mit dem hier bis hier? Dann haben wir bis hierhin, kommt die. Mach das, Mike. Okay. 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 So, und jetzt kann er hier rüber rennen. Da möchte ich, dass wir hingehen. Oh, jetzt kommen sie schon von hinten. Bin ich ja gerade mal froh, dass ich die anderen alle weg gemacht habe. Okay. Eins ist so krass, ey. Eins. Wenn, wenn es sein muss. Was soll ich immer mal auf einen schießen? Von der Rüstung abgepalt. Hoher Munitionsverbau. Oh, ich schieße mal das Gas aus. Du bist flankiert, also renn mal hier hin. What's over there? Quid. Zwei. Endsoft. Ja. jetzt kommt hier noch ordentlich was ach so ich darf jetzt auch noch die runde ja dann kommt die hier da rein von beiden alter und die muss das verarschen die freuen jetzt ich bin unter Feuer ich kann nicht動fen boah toll nein ey das gibt es doch nicht ey das Ding ist nur noch immer weiter zu werfen bis du dich umgekehrt bist du musst raus du kannst mich immer wieder impressen es hat dir nur zwei Jahre gedauert um dich zu finden du impressierst 25% ey ich will doch nur die beiden hier treffen das gibt es doch gar nicht ey die sind sooo viele Türme jetzt aber hier unten lang laufen würde wäre ich eine bessere Chance dann schießen wir auf den hier hin hier hin ein Schaden ey Tempo komm war das zu weit für dich oah 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 wäre dann schade wenn es nur so ein paar wären das macht dich schade Combat Protocol? Hat die unendlich viel? Combat Protocol? Mach ich doch einfach. Ist einer weniger dann da. Minimal Armour, Penetration, Emission, Depleted. Wird schon nichts passieren, mhm. Bleib mal nach. Ich bin bereit. Zeit, wir machen wir noch. Okay. Und so viel dazu. Oh, fuck it. Hostile units engaging in this position. Your resolve was admirable. Yet I am able to recycle and repair these units with 93.06% efficiency. Can the same be said of your soldiers? Hate to say it, but he's right. You need to get the hell out of there. Let's see how they like it. Kriege ich wenigstens Deckung oder so. Und schießen sie auf den vielleicht? Die müssen als auf sich, also... Du lädst nach. Now reloading. Und lädst aus dem Leben. Lass mal den neben dir aus dem Leben. Komm. Maschinen hat es zwei nebeneinander. Mhm. Das ist gut. Ah, du kannst ja nochmal schießen. Wäre auch zu schön gewesen. Was ist da drüben? Mach mal den weg kaputt. Bewegt er sich auch nicht mehr? Ah, du kannst ja. Oh, es ist gut. Was ist da drüben, ey? Ja. 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 ich bin gar nicht geflankt wie schaden macht denn der nahkampf angriff ja das sieht gut aus acht schaden so der turret schießt auf irgendwas trifft natürlich nichts ich glaube ich muss jetzt mal rennen ich bin schon dabei ein weniger ok schön in voller deckung ich kann hier wieder diese explosion machen die bringt mir aber nichts also das ist das warum bin ich eigentlich nicht geflankt verstehe ich nicht aber egal dann schieß mal auf den weg bitte ich nähe mich ich nähe mich ok wenn wir mit dem turm auf den turm schießen genau das erreicht was ich erreichen will da hab ich jetzt eher nicht so bock drauf das ist schön so ein typ mit einem schuss weg so wenn ich jetzt hierhin gehe ok ich gehe kann ich nur auf den turm ist nur auf meinen eigenen nee da ist der andere turm ich schieße wieder einen anderen turm jo Panzer rum getroffen du kannst gerade auf keinen schießen ja egal lass dich kurz hier hinlaufen sonst kannst du nur auf den einen da schießen aber der lebt auch noch mit einem so und lilly hier muss mir jetzt mal hier den typen der explodiert nämlich sonst vor dir das ging das jetzt nicht leider kann ich jetzt noch laufen nein ist da noch hekt Das war's für heute. Mach den jetzt kaputt. Doch nicht. Wie lange lebt der denn? Stop hitting yourself. Das ist gut. Du bist eh schon nach einer Superposition. Aus dem Leben blasen. Und Lilly muss jetzt hier mal ein bisschen Gas geben. Let's do this. Let's do this. Hostiles targeting my position. I have no love for acting, Lilly. Return the Spark unit to me and we can destroy them together. This is what your father intended. Bringt das was? Vielleicht sieht's cool aus. Schade. Ich hätte gehofft, da geht mehr kaputt. Kommt die Lilly jetzt durch? Ja. Geh jetzt da hin. Ich bin glücklich, dass ich das cardio aufgelegt habe. Ein Foto zuerst. Du hast du das ganze Facilität? Du hast du das ganze Facilität? Ich habe mir die Vorstellung. Obviamente nicht das System Elevator. Für den Moment. ich kann auch den zweiten aufzug benutzen zwei aufzüge dann sollte ich jetzt mal zwei wegschicken wir übertreiben dies ok du kannst auf keinen mehr schießen deswegen aufzug du bist zwar suppressed aber ich muss jetzt exchicken geschehen explosion nicht getroffen so und du bist ich jetzt sieht doch aus als könnte ich es schaffen herauszukommen wir treffen richtig schlecht das hast du schon mal erzählt ich würde behaupten dass wir uns auf dem dach abholen lassen von einem sky ranger ich hoffe dass ich jetzt nicht noch mal weiter umkämpfen muss es gibt die wollen immer noch dabei jetzt muss ich echt noch hier mich zum landepad durchschlagen aber das mache ich jetzt in der nächsten folge bis dahin tschüss bis dahin tschüss so Vielen Dank.